und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge gewinnt ich spiele mit einem scott hell deck ich habe eine umfrage gemacht bei den streams was wir spielen wollen es gab es ein paar sehr interessante decks wir werden wahrscheinlich nicht alle schaffen das problem ist halt auch dass ich gleichzeitig noch das hallo in event beenden will und das hallo in die welt muss man natürlich immer sehr spezielle deck spielen aber wir werden natürlich eine menge von den decks ihr euch gewünscht habt spielen außer die decks die wir schon vor graumer zeit gespielt haben also zum beispiel horte syndikat hat mir erst vor zwei wochen gespielt zwerge hatten wir erst vor einer woche gespielt die wenn wir nicht nochmals spielen allerdings was ich gewünscht wurde war mal wieder scott hell traps und wir spielen tatsächlich eine deckliste die weniger auf traps setzt wir spielen tatsächlich nur in die fallgrube die schlangen falle wir spielen zweimal die einäscherungs falle und wir haben einen hattori im deck drin das heißt wir spielen insgesamt fünf fallen eigentlich nur in dieser deckliste drin kann auch mit mehr fallen spielen es gibt allerdings nicht mehr so viele gute fallen schmetter falle wäre immer noch eine option man könnte auch überlegen reiche ernte durch schmetter falle auszutauschen und zimlers durch irgendeine andere karte das problem ist je mehr traps man spielt die mehr fallen man spielt in so einem square tell deck das so finde ich schwieriger als dieses deck zu spielen fallen haben dieses riesen problem beim deck setzen eigentlich mal darauf dass man die erste runde gewinnt und in der letzten runde dann halt möglichst fallen karten ausspielt schlangen falle fallgrube einäscherungsfalle und der gegner hat dann einfach keine ziele mit denen er interagieren kann das heißt keine angriffsziele wir geben möglichst wenig angriffsziele und er hat vielleicht nicht so viele ziele die er wenn irgendwas braucht selbst assimilieren mit den jungen vögeln der informantin oder der herzogin oder sei es halt für terranova in einer karte spionage geben da wollen wir möglichst wenig gute ziele geben dass er damit nicht interagieren kann und so sein deck wirklich hundertprozentig gut benutzen kann das heißt fallen ist immer so ein arg halb wenn der gegner sehr aggressiv spielt wenn der gegner wirklich ein sehr starkes angriffs deck spielst können fallen relativ übel für ihn sein wenn der gegen ein deck spielt was sich sehr selber auf punkten auslegt wenn er sich einfach nur hoch buffen will wenn er so etwas wie jackpot syndikat spielt was den gegner nicht wirklich angreift aber durch das ausspielen der karten halt punkte macht dann werden fallen nicht wirklich gut funktionieren weil sie zu wenig punkte machen das heißt es ist immer so ein spiel bei fallen ob man halt wirklich einen deck trifft gegen das sie gut funktionieren können es ist ein spielbare art halb allerdings bei weitem nicht der stärkste scott heller ab das heißt wenn ihr lieber stark scott heilt spielen wollt würde ich euch eher so gab der natur ans herz legen gab der natur ist zum beispiel auch so ein deck typ das wird von uns wahrscheinlich von den pfeilen nicht so hart betroffen werden aber ja was wir spielen tatsächlich noch sind nur unit einheiten so sind das säbelzahntiger sind immer relativ toll wir wollen die natürlich möglichst wenig ziele zum interagieren geben säbelzahntiger kann man immer umdrehen das heißt er ist quasi ein artefakt dass der gegner nicht anvisieren kann das sensus hat immunität das heißt es ist eine weitere karte der gegner nicht wirklich direkt anvisieren kann durch hitzewelle oder so melock spielen wir noch in diesem deck mit ein paar bomben gerade für die erste runde das wichtig ist halt wirklich bei fallendecks dass man die erste runde gewinnt damit man in der letzten runde seine fallen ausspielen kann und dann nennt eldain und der gegner hat wirklich keine angriffsziele sobald wir eldain ausspielen verwandeln wir halt jede umgedrehte falle in einen elfen elite schützen und dann hat der gegner auch wirklich karten die er angreifen kann das heißt es ist wichtig bei so einem fein deck den last day zu gewinnen von mir aus benutzt simlas und nairo hitzewelle alles erste runde hauptsache man hat wirklich letzte runde in last day hitzewelle ist noch eine relativ gute angriffskarte simlas in dem deck mit reicher ernte reiche ernte kann ganz nett buffen wenn wir sowas wie eine sensus oder so hoch buffen das ist natürlich relativ schön ansonsten eldain hoch buffen den wir als allerletzte spielen wollen sorgt dafür dass wir die punkte sicher haben plus reiche ernte plus simlas in der ersten runde können relativ gute punkte sein weshalb wir diese kombination spielen gerade für die erste runde weil wir müssen natürlich die erste runde gewinnen und wenn wir zum beispiel jetzt das ganze deck mit vollen voll packen fallen in der ersten runde aber gar nicht ausspielen wollen weil wir wollen die natürlich auch nicht verraten dass wenn fallen weg sind sobald viele gegner wissen dass ihr fallen spielt werden sie euch in der zweiten runde hat einfach nur blieben und dann sind feinheit wirklich sehr schlecht wir haben auch nichts für die kurze runde deswegen spielen halt simlas mit reicher ernte der letzte in der ersten runde und medock mit dem baum in den ersten runde damit wir da in der ersten runde genug druck machen können die erste runde gewinnen können ansonsten haben noch feuerwerker brockle und wächter mit präzisionsschlag ist eine relativ nette anführerfähigkeit die sorgt dass wir mit den bomben einiges weghauen können und zu not haben wir für die letzte runde halt immer noch wenn wir nachdem wir ellen ausgespielt haben noch mal präzisionsschlag mit den brockle und wächtern und können diese in der letzten runde hat auch noch mal rausholen das heißt wir haben noch eine weitere möglichkeit da punkte zu machen präzisionsschlag halt insgesamt lasst mich nicht lügen ist glaube ich elf punkte wert wir machen drei schaden kriegen eine brockle und wächterin die brockle und wächterin macht noch mal zwei schaden sind noch mal vier punkte das sind sieben und wir holen auch zwei zwei aus dem deck raus das heißt elf punkte kam mit der anführerfähigkeit auch noch machen das heißt mit älter ihnen wenn man ihn ausspielt fünf fallen umdreht kriegt man ihnen alleine schon 21 punkte das sind ungefähr so 32 punkte als last hey und davor haben den ging auch noch natürlich ein paar punkte weg genommen es ist nackt hätte man spielen kann das ist ein relativ lustiger act halt nur wie gesagt wir spielen ein bisschen weniger fallen es gibt viele varianten wie man fallen spielen kann wir haben es jetzt in der variante mit medock gespielt und simlas es gab leute die haben gesagt man kann fallen auch mit elfen spielen was auch durchaus möglich ist haben wir auch früher gemacht mit dem szenario und dann hast du noch so karten wie scharf schützen hinterhalt als anführer fähigkeit hast auch elda ihn hast aber noch wenn noch sie dass du halt wirklich mit dem elf milite schützen ein bisschen mehr anfangen kannst ist auch eine möglichkeit wie man fallen spielen könnte man könnte fallen rein theoretisch aber auch mit guerilla tactics spielt und könnte einfach mit den schmetter fallen und der anführer fähigkeit kann in eine reihe verschieben da gibt es viele möglichkeiten wie man fallen spielen kann aber wir haben die variante genommen und wie es funktioniert könnt ihr euch ganz gerne angucken viel spaß an der runden waghalsige hektik waghalsige hektik ist schon mal ganz nett wir müssen auf jeden fall die erste runde gewinnen das mit der hand ist relativ bescheiden bitte keine ehren ach wir haben eine ernte auf der hand na ja ein bisschen ernte ablegen zwei wir haben drei karten auf der hand die wenig spielen wollen eigentlich mehr wir wollen unsere fallen nicht spielen das heißt wir haben drei fallen auf der hand vier fallen auf der hand und wir haben brocken und wächter auf der hand das ist eine ganz bescheidene start hat möchte ich sagen okay fangen wir mit einer maxi wir ziehen ziemlich gut nach muss ich sagen also wir ziehen siebelzahntiger uns des censors nach nehmen wir doch mit reisegefährten reisegefährten kann unser ticket sein dass wir die erste runde gewinnen wenn er reisegefährten am anfang nicht rausholen will morgut zumindest keine korall trüffel das hat dieses verdammte problem an allen erste runde deine fallen siehst du erst noch nicht ausspielen wir können auch keine fallen spielen wenn wir fallen spielen weiß er dass wir in den fallendeck sind okay wir nutzen simlas in ernte wir kriegen die drei perfekten raus bringen eine zauberin immerhin raus ich denke die zauberin wird aber auch nicht lange überleben die unerwartet okay macht seine eigene kleine hafre kaputt kommt schon medaok fangen den regen ab ich würde erste runde sogar hitzewelle ausgeben das heißt dass wir erst gewinnen können das größte probleme sehe ich nämlich wenn er uns pushen will kurzer oder so hat zu viel tempo für uns oh jesus 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 easiest win of my life okay was holen wir raus was brauchen wir absolut nicht wir brauchen eigentlich nur was punkte macht wir machen ihm noch mal drei schaden das heißt jede standardmäßige karte würde ausreichen wir ziehen sie sensus mit den säbelzahntiger ich denke seine anführer auf ich könnte trotzdem nicht ins leere gehen ich meine alien werden wir auch bald ich ziehen wir bräuchten eigentlich nur unsere schlangenfallgrube ich glaube sogar ich bin so heimtückisch und spiel des sens ist diese runde aus in der hoffnung dass er irgendwas benutzt um diese karte anzugreifen was da sonst für später hätte gebrauchen können er weiß vielleicht er benutzt seine anführer ich denke wir werden nicht weiter pushen wir mal gespannt ob eine lange runde gegen waghalsige hektik überleben ich bin mal gespannt ob wir eine lange runde gegen waghalsige hektik überleben aber bis auf haturi müssen wir momentan nichts zum angreifen geben vielleicht hätten wir sogar die die merizimus bombe aufheben sollen der wird auch bestimmt selber element spielen und reisegefährten kommen raus unitless traps mein meistgehasstes deck ok wir ziehen zwei drei karten die wir nicht ziehen wollen das ist die frage riskieren was jetzt ne wir könnten einen wächter ziehen ich möchte absolut keinen wächter ziehen wir hätten es nicht riskieren sollen das sind sechs punkte extra die uns flöten gehen warum spielen wir ohne jorbit fallen erneut aus spielen weil jorbit sich nicht wirkt also ich hoffe dass ich keine schlechte karte aber provision technisch kriegen wir nicht mehr rein das wird wahrscheinlich ein hitze welt ziel ich muss sagen das ist wirklich die unspektakulärste runde mal jetzt kommt machinne du spielst war kalsige hektik was musst du da großartig überlegen schmetter falle wäre vielleicht doch noch ganz nice gewesen so okay okay Dann spielen wir dich aus. Er würde uns wissen, dass die eine Karte die Schlangen-Fallgrube ist. Kräft eine Entscheidung. Kusia. Ich meine, Kusia kriegen wir immerhin weg. Können wir bei Hatta Torima? Ich glaube, wir nehmen uns Fallgrube. Ja, wir nehmen uns einen Fallgrube. Dreh dich wieder um. Gerard Quen. Das ist ziemlich gut für die Fallgrube. Das sind 10 Schaden, die wir aufteilen. Er hat einen toten Geralt Quen. Läuft er echt Premium zwischen uns. Leider und 5 Schaden. Okay. Nehmen wir hin. Ich muss nur leider einen Wächter jetzt ausspielen. Ich will meinen anderen Wächter allerdings noch nicht rausholen. Wir können hier von mir aus läutern. jeder hat uns leider nicht so viel gebracht, die erste Runde. Ich meine, die Karte würde er komplett weghauen, aber es ist egal. You not. Okay. Wir drehen den Silbelzahntiger nochmal um. Nehmen ihm den Axi weg. Und die letzte Karte, die wir haben, ist älterhin. Mit dem... Pizzewelle. Oh, sieben Punkte. So. Eins. Zwei. Drei. Da hätten wir natürlich noch sechs Punkte mehr haben können. Aber mein Gott. Reicht trotzdem aus. Weil... Er hat nichts zum angreifen. Er hat nichts zum angreifen gehabt. Er hat aber auch den toten Quen gehabt, ne? Der tote Quen war für ihn natürlich relativ doof. Für uns war doof, dass wir allerdings auch einen Brick hatten. Mit der Sechser. Das ist... Ich meine, man kann fallen spielen. Aber das war jetzt gerade irgendwie so ein extrem unspektakuläres Matchup. Da ist ja nichts passiert. Okay. Kräftigen ist wahrscheinlich ein relativ doofes Matchup. Aber wir haben für den Anfang Angriff. Und den werden wir wahrscheinlich auch benutzen, ne? Okay. Wir legen auf jeden Fall dich ab. Wir legen auf jeden Fall eine Ernte ab. Und... Die Einäscherungsfalle legen wir erste Runde noch ab. Oh-oh. Okay. Bei der Reise klappt es bei dem Moom hat es bei mir, glaube ich, nie gemacht. Bei mir hat es bei dem Moom einmal gemacht. Aber ich weiß auch nicht, warum sie es manchmal nicht machen und manchmal nicht. Aber das ist halt doof. Wenn du jetzt noch eine Quest hast, musst du noch einmal Schaden zufügen. Dann wird nicht direkt die nächste gemacht, äh getrackt, ne? Okay. 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 Ich kann zur Not auch mit Simlas Doppelbombe rausholen. Das ist auch eine Option. Rave in Ruf in Dunker. Okay. Dunker sollten wir schon wegnehmen. Die Frage ist jetzt... Was trifft unser Feuerwerker? Oh! Ja, gut. Äh, dann... Ich möchte den Siebelzahntiger halt absolut nicht buffen, ne? Glaub ich benutze einfach hier mal zwei Schüsse. Ich spiele erst mal dich aus. Ne, dann ist es leider nicht so meist der Hit. Ja, ich will absolut den Siebelzahntiger nicht verbessern. Aber das kriegen wir wahrscheinlich trotzdem hin. Das ist sehr gut. Damit buffen wir Hattori. Damit buffen wir die Karte ganz rechts in der Hand. Das wäre Ida. Aber das ist mir trotzdem, glaube ich, am liebsten. Oh, stopp gurgling like that. Ich meine, wir haben jetzt drei gefährliche Karten, die er irgendwie weghauen müsste. Okay. Wir werden erst mal Maddock. Kriegen eine Vergütung. Kriegen eine Bombe. Ah, reiche Ernest ist gut. Flüsteren. Oh, Flüsteren gefällt mir sehr gut. Flüsteren können wir nämlich noch relativ gut aktivieren. Jeder hat jetzt zehn Punkte. Sprendige Karten heute. Und immer, wir werden sie sind. Okay. Mach mal so. ich meine wir könnten wahrscheinlich nächste runde passen er liegt wieviel 25 punkte aber er hat noch ein simlas ok er passt als hat die frage wie mir schon geschrieben hat das problem ist halt fallen sind gegen kontrolle gut aber gegen anfang die sich größtenteils um sich selber kümmern ein bisschen kniffliger werden könnten rein ich meine wir müssen wie viel 123 ich würde schon ganz gerne eine karte ablegen was will ich hier von ablegen eigentlich müssen wir bombe basteln ablegen nein wir ziehen nicht gut nach okay die kann die wir brauchen sind ganz unten keine spielen wir holen uns den last day denke nicht dass wir diese runde gewinnen werden bomben sind auch noch ok mios aber das problem ist halt trotzdem dass wir älder ihn und unsere fallen haben wollen haben wir nicht wirklich platz für bomben in der hand falle ist gut falle ist gut falle ist gut wir brauchen älder ihn oder onairo wir brauchen älder ihn oder onairo danke okay simlas simlas die zauberen können uns nicht viel anhaben weil wir spielen nur jonath halt der kriegt zwei zauberer das heißt mit denen kann zumindest keinen angriff starten wobei irgendwann müssen wir auch ida ausspielen nehme ich an ich denke definitiv unsere letzte karte für die hitze will er werden falls der schelden spielt das ist immer die frage da kann auch sowas wie igles spielen ich weiß nicht ob die falle ausreichen würde um irgendwas zu zerstören das ist okay der bafft sich wenigstens nicht mehr hoch mal rein punkte technisch sieht es mau aus ich glaube glasen und schellen in einem deck wäre eine möglichkeit aber ich weiß nicht ob das zu viel provision kostet problem ist flüstern würde ich eigentlich ganz gerne weghauen weil die macht echt gut punkte wenn wir die am leben lassen flüstere macht leider echt gut punkte okay ich bin jetzt mal tori aus lange falle wird mir ganz gut gefallen mit hattori wird zumindest nach der wegkriegen könnte die meisten punkte machen der wird noch zauber spielen was sind arena der persönlichen liebe und hütten gaudi sind auch ganz alte dinger platonius arena der persönlichen liebe war damals arena da dorf man sich eine arena deck machen und hütten gaudi war damals so ein special member mit schalke aber schalke nicht mehr katzen streichen blick ist gerade nicht hier ich weiß nicht warum aber immer wenn ich streame also wenn die lampen an sind oder so da ich auch rede dann haut blackie ab weil er weiß dann gibt er keine aufmerksamkeit so richtig dann bin ich konzentriert auf den chat blackie liegt hier am boden hinter mir oh das ist ganz nett da löst unsere standfall aus schade dass wir kein igny haben vielleicht sollte man irgendwie in dem deck überlegen ich bin ich würde auch nicht als top spielmodus bezeichnen das problem ist halt arena draft sind im prinzip ziemlich ähnlich aber ok der bach sich wieder hoch also ich denke er wird las hier gleich haben aber die können wir mit hitze wille treffen einzige problem für uns wäre auch noch in der verteidiger spielen würde weil dann wenn wir nicht rankommen eigentlich müssen wir sehen jetzt hat hier gar nicht umdrehen es lohnt sich nicht wirklich es sei in der spiel die alleine fähigen die wird sich lohnen ich hoffe dass er jetzt noch ein zauber benutzt aber ich denke mal er sollte noch ein zauber haben ok den habe ich jetzt die falsche reihe gespielt gegen die ich hätte die frauen spielen sollen bitte lassen sie noch ein zauber haben wird so weiter folgen zu inscription geben ja wird es noch geben allerdings erst nächste woche stiebchen also inscription wird nächste woche weitergehen ein zauber steht jetzt habe ich fehler gemacht wir hätten eine falle mehr umdrehen können wo man mein schönster urlaub ich glaube mein schönster urlaub okay war die letzte karte naja das werden wir nicht gewinnen selbst ist das problem wenn du mit fallen gegen irgendein deck spielt was eigentlich wenig angriff spielt oder nicht wenig angreifen kann da einfach spielt jetzt viel punkte an sich selber schönste urlaub ich glaube ich müsste sagen schönste urlaub eigentlich damals in bayern dass sie notwendig zu nutzen wissen assimiliere simlas ist eine relativ super start hand wenn man davon absieht dass wir dich ablegen müssen ich würde sogar eher noch die brocke noch verbessern mit simlas ich würde wahrscheinlich eher die fallen ablegen jeder ist für die erste runde auch nicht verkehrt ich will keine ernte ziehen letzte welle okay was machen war was ist das beste was wir machen können für den anfang maxi ist eine option säbelzahntiger ist eine option säbelzahntiger wird mir sogar relativ gut gefallen wobei den kann man dafür später nicht mehr aber wie viel hat uns säbelzahntiger früher gebracht also ich würde fast eher sagen säbelzahntiger jetzt ausspielen er kann auch keine spionage geben und wir wollen ja die erste runde so ein bisschen durchziehen ich mag auch die musik also ich finde diese musik der regis reise gefällt mir super und ich finde schön dass die reisen jetzt so ein bisschen musik auch drin haben das war eigentlich das beste was sie in diese reisen mit hätten reinpacken können die musik er benutzt hitzewelle auf medoc das ist spitze für uns aber das heißt auch er spielt assimilieren mit nicht neutralen karten ich meine die bomben haben wir eh die müssen wir loswerden ich meine die aretusa reise haben sie ja gesagt war so eine reise um mal ein paar sachen auszuprobieren wir hatten ja auch kein charakter sondern wir hatten diesmal spiel bretter weitere freule mache das war langsam ein paar punkte ausspielen das heißt wir benutzen mal benutzen jetzt schon mal ein simlas simlas war vielleicht ein fehler wenn ich so drüber nachdenke wegen gnadenstoß simlas war vielleicht ein fehler wegen gnadenstoß oder ergibt der karte als spionage den hätten wir nicht so früh ausspielen sollen jetzt ein bisschen viel bei den charakteren mit drei auf einmal ich finde es aber nicht schlimm dass man bei regis drei charaktere auf einmal reingebracht hat ist auch mal neuer versuch ne ja da ist die spionage auf simlas das haben wir uns natürlich denken können das haben wir uns natürlich denken können ich muss auch sagen ich habe früher nilfgard assimilieren geliebt das war ein wirklich tolles deck aber mittlerweile finde ich assimilieren als nilfgard arkt wirklich gar nicht mehr so schön vielleicht liegt dann karten wie tira nova oder so oder das ist halt wirklich momentan der stärkste akte ist so aber gefällt mir nicht mehr so wie früher animation also ich meine sie wollten ja mal animation ist schwierig wenn sie wollten animation tatsächlich mal reinbringen bei legendären karten wenn du legendäre karten ausspielst das haben sie ja mal überlegt ist bis heute aber nicht passiert ok er hat simlas und er kriegt noch einen simlas mit terra nova raus markkammer was hat er dahinter mit harte ich würde noch eine maxi ausspielen relativ früh nach wie zieht man den brocken und wächter nach aber die können wir ablegen da müssen wir nicht so eine 2 von den ablegen ich denke mir die auswahl ist okay benutze ich nächste runde noch hitze wenn es wirklich sein muss danke vorher war es mir noch sehr langsam aufbau also das langsam aufbau ja also ich finde es gut dass aus mir ein bisschen tempo bekommen hat ich muss nur sagen wie habe ich soll ich sagen wie soll ich das jetzt sagen was mir passt wie an assimilieren momentan nicht so gefällt ich weiß nicht es dreht sich halt ziemlich viel um terra nova das ist vielleicht dass wir das hat wirklich assimilieren jetzt früher war assimilieren du konntest mir ja assimilierungskarte überlebt hat ziemlich viele punkte machen zwar relativ cool mittlerweile dreht sich halt sehr viel einfach nur um terra nova und ob du ein gutes spionage ziel christner und dann gut hier an ober spielen kannst du das ist assimilieren heutzutage das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig oder es mehrere profilbilder auswählen kannst ja immer animiert im rahmen zwischen der lydia als carryover benutzt denn die lydia was so ok okay wir haben wir haben relativ wenig fallen wir haben zwei fallen wir haben noch drei fallen im deck und jetzt ziehen wir unsere brockele und wächterin nach nein wir ziehen eine falle weil wir können uns auch eine falle rausholen das heißt wir haben eine falle gemisst abend schimmer scannen assimilieren mit spiegelmeister war früher auch ganz lustig spiegelmeister ist allgemein eine ziemlich interessante karte aber sie ist halt wirklich ich finde schön dass sie mal so eine karte versucht haben so eine meme karte und ich meine man könnte spiegelmeister auch rein theoretisch noch mal ausprobieren so wirklich verkehrt ist er ja eigentlich ist er sei mir so laut wenn er aufs fällt kommt Da ist der Arturius weg. Ich möchte, dass er sich eigentlich keine guten Karten von uns ziehen kann. Aber ich denke, ich werde jetzt mal eine Einschrungsfalle spielen. Ich möchte, dass CDPA Cosimo mal Spinner buffen. Das ist halt schwierig. Wenn solche Karten gebufft werden und solche Karten in die Meta kommen, können sie ziemlich problematisch werden. Ich finde es okay, dass sie manchmal solche Meme-Karten rausbringen, die man spielen kann. Zu Cosimo ist, weiß Gott, keine verkehrte Karte. Wenn sie ihn allerdings zu stark machen, dann kann es auch kritisch werden. Okay, wir spielen als nächstes noch Nairomantie aus und dann Sessenzus. Ich möchte, wie gesagt, dass er keine gute Karte von uns kriegt. Wenn er jetzt Terra Nova ausspielt, dann hat er ein Problem, Bratan. Oh, bitte in einem Emissaire. Der arme Junge. Bratan ausgekontert durch eine Einschrungsfalle. Ah, das ist doof. Unsere Fallgrube dreht sich jetzt schon um und macht keinen Schaden. Die Karten, die er sich jetzt von uns klauen kann, sind allesamt beschissen. Er kann sich eine Vierer, eine Sechser oder eine Zweier klauen und er hat keine Fall in seinem Starterdecker. Also das Beste, was er sich klauen kann, ist eine Sechser. Einfach Befehl verwandeln, eine Verbündete eine mit einer Zufängereinheit, die eine Beziehungsmehr kostet. Ja, das wäre auch nicht wirklich schön für ihn. Dann wäre er nicht unbedingt besser, als dass er es jetzt ist. Schwierig. Ich denke mal, er wird noch einen Terra Nova haben. Also wir holen uns nochmal eine weitere Fallgrube. Frage ist, ob ich meine Anführerfähigkeit benutzen möchte, um die folternde Magierin zu... Oder ich benutze jetzt die Fallgrube, oder? Ach, wir sparen uns die Anführerfähigkeit noch auf. Feuerwerker könnte auch den Drachen treffen. Ja, aber wir haben eine Menge Einser Spione von ihm. Oh. Gut, dass wir Fallgrube genommen haben. Oh, der kriegt nur Shit von uns. Charge 3 habe ich vergessen. Dann wäre es wiederum zu stark, Platonius. Weil du könntest ja dreimal dieselbe Karte verwandeln, ne? Das könnte dann halt problematisch werden, wenn du dreimal dieselbe Karte verwandelst. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns ein schlechtes Ziel trifft, ist bei über 50%. Target acquired. Oh oh. Das werden wir gewinnen, also er macht nicht genügend Punkte. Nein. Natürlich. Er trifft nicht die Einser oder die Karte mit Rüstung. Er trifft die einzige Karte, die er gut hätte treffen können. Aber ist auch vollkommen egal, weil wir haben gewonnen. Der Bratan in die Einäschungsfalle und der Terra Nova in die Fallgrube war zu kritisch. Okay. Ja, Fallen sind, also wie gesagt, Fallen ist eine Arctite, man kann ihn spielen. Binde ich ihn wirklich so toll? Nein. Wenn der Gegner aggressivere Decks spielt, die Karten auf Karten abzielt. Und es gibt momentan ein paar Decks in der Mieter, die ziehen natürlich ganz nett auf Karten ab. Also wenn du jetzt zum Beispiel gegen Assimilieren spielst, kannst du dich halt nichts von uns klauen. Wir geben ihm keine Einheiten, keine Informanten. Und wenn du dann noch die Fallen, Bratan, Terra Nova auskont, dann kannst du Assimilierter auch nicht wirklich hoch. Dagegen kann es halt relativ toll sein. Weil auch Assimilieren braucht ja mittlerweile Ziele, wo man Spionage setzen kann oder die man klauen kann. Gegen waghalsige Hektik oder so kann es vielleicht noch relativ nett sein. Aber sobald du auf ein Deck triffst, was sich halt eigentlich größtenteils nicht um dich kümmert, dem es egal ist, dass du keine Einheiten wirklich ausspielst. Ein Deck, was dich nur um sich selber bufft, da sind Fallen wirklich nicht gut, die machen viel zu wenig Punkte. Es ist halt wirklich ein sehr spezielles Konterdeck so. Es ist stark, in manchen Matchups ja, ist es wirklich empfehlenswert damit zu spielen, wenn man sie lustig findet. Aber wenn man wirklich hochpushen will, ah weiß nicht, gibt es vielleicht bessere Optionen. Und da gibt es noch nicht mehr so. Und da kommen man auf das Koffer. Drecklich. Und das ist auch nicht mehr von einem Schmerz zu�ben. Oder? 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 Untertitelung des ZDF, 2020